Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe eine Idee. Ich kenne witzige Pfänderspiele. Das wird wahrscheinlich sehr eindeutig sein, oder? Wieso nicht? Versuchen könnte ich das ja. Ich finde das albern. Pfänderspiele gehören in den Kindergarten. Kommt ganz auf das Mund an. Ah, ich sehe. Hört gut zu. Ich erkläre die Spielregeln. Wer ein Affizid hat verloren und muss ein Pfand geben. Zieh eine. Was denn für ein Pfand? Irgendein Kleidungsstück. Oh, ja. Ah, du hast aber ein Pech, Rosi. Jetzt musst du Suttis machen. Na komm. Ausziehen, ja. Zeig, was du hast. Na komm. Na komm. Na, meine Kleid ist nämlich so eine Tattoo. Ja. Ich finde das sind zu klein noch einer. Ja, gute Idee. Ja. Guck mal. Ja, guck mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und ich dachte schon, du findest Rita noch viel hübscher als mich ZDF, 2020 Oh, mein Gott. 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 Oh, mein Gott.